Herzlich Willkommen bei der Tübinger Tageslosung, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Das biblische Losungswort steht heute in Klagelieder 3 Vers 41. Es empfiehlt uns nicht mehr und nicht weniger als das Gebet. Lasst unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wenn ich im Konfi-Unterricht in das große Thema Gebet einsteige, spielen wir zu Beginn erstmal ein Spiel. Es heißt Wetterbericht. Wir stehen im Kreis, drehen uns um 90 Grad in eine Richtung, sodass jeder und jede den Rücken des Vordermanns oder der Vorderfrau vor sich hat. Jetzt erzähle ich und die Jugendlichen stellen das Gehörte mit ihren Fingern, Händen und Fäusten auf dem Rücken vor ihnen dar. Am Morgen geht die Sonne auf. Frühnebel zieht über das Feld, die Sonne steigt höher, sie wärmt, dann werden ihre Strahlen unbarmherzig brennend. Erste Quellwolken erscheinen am Himmel, sie werden dichter und immer dunkler. Wind kommt auf, da grollt schon der Donner, es blitzt, Regen beginnt zu tröpfeln, wird immer stärker, jetzt ist es sogar Hagel. Endlich verzieht sich das Unwetter, der Himmel ist wieder klar und blau, die Sonne geht unter. Das Gebet ist etwas für alle Wetterlagen, sagt dieses Spiel. Etwas für alle Lebenslagen. Schön und sonnig oder stürmisch und bedrohlich. Im Konfi-Unterricht lernen wir, dass wir auf verschiedene Weisen beten können. Wir können danken und loben oder bitten. Wir können klagen oder Fürbitte halten. Genau das führt heute der Lehrtext aus dem Jakobusbrief aus. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 13. Geht es jemandem unter euch schlecht, so bete er. Hat jemand Grund zur Freude, so singe er Gott ein Loblied. Wir können beten, wann wir wollen und was uns auf dem Herzen liegt, ob es uns schlecht geht oder ob wir Grund zur Freude haben. So viel Freiheit kann allerdings auch überfordern. Manchmal seufze ich mit Paulus, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Denn vor allem, wenn es mir nicht gut geht, ist der Kopf leer. Oder die Gedanken kreisen und wollen sich nicht auf das Gebet konzentrieren. Der Lehrtext heute enthält einen versteckten Tipp. Gott ein Loblied singen, das heißt im griechischen Original psaleto, einen Psalm singen also. Die Psalmen sind ja auch nichts anderes als Gebete. Oft, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll oder wenn ich keine Worte finde für meine Situation, dann rette ich mich zu den Psalmen. Der niederländische Schriftsteller Martin Tart erzählt, wie er in einer schweren Krise die Kraft der Psalmen wiederentdeckt hat. Als Kind las er im Gottesdienst oft Psalmen vor. Nun wiederholt er dieses Kindheitsmuster. Er geht in die Kirche seiner Kindheit, schlägt die Mitte der Bibel auf und liest, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Dann lässt er diese Worte nachklingen und denkt, wie merkwürdig es war, dass ich die Psalmen umso mehr zu lieben begonnen hatte, je ungläubiger ich geworden bin. Geht es jemandem unter euch schlecht, so bete er. Ich lese für sie einen Abschnitt aus Psalm 6. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange. Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der Herr an. Hat jemand Grund zur Freude, so singe er Gott ein Loblied. Ich schließe mit Versen aus Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du drängst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Ich wünsche ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Pfarrerin Susanne Fleischer aus Kusterdingen.